Die Lage war das, oder für uns generell, ist das eine völlig rätselhaft, wie es gerade zu diesem Problem kam. Bei Frau Maurer, wir tun einen Dauermund-Folgenlauch, wir tun auch gewisse Veränderungen, wir haben eine Vorbezeugung, zu dem wird sie einen Herzkarakter bekommen, um den Falle eines Herzinfarkt auszuschließen. Über Nacht sind keine weiteren Komplikationen aufgetreten. Am nächsten Morgen bekommt die Unfallverursacher, während der Visite, Besuch von der Polizei. Wir haben ja diesen Regelkontrollbericht, die haben wir erstellt, und das ist negativ, auch das ist negativ, auch das ist negativ. Gut, ich würde jetzt so mit dir sprechen, dass ich wer noch dabei sein kann. Ist das okay, wenn sie dabei ist? Ja, klar. Frau Maurer, wo können Sie sich denn bei Ihnen?